hey leute was geht und herzlich willkommen heute zeige ich euch mal ganz ganz einfach eine schwarze duffelback willkommen ganz alleine wie immer mich würde sehr freuen abonniert den kanal like das video und folgt mir gerne auf instagram discord vielen vielen dank für den support als erstens braucht eine terabyte das ist ja sehr wichtig dann kommt jetzt hierhin wo ich jetzt bin ganz genau hier hin und zwar gehen wir brauchen eine bestimmte fallschirm das ist sehr sehr wichtig bitte die gleiche kaufen was ich kaufe geht oben links hin ich glaube ganz oben war das na ich muss kurz gucken genau also ganz nach unten aber ich glaube auch die 27 ok 25 auch kurz kaufen wichtig danach geht er raus geht jetzt richtung terabyte touchpad geht nach unten und jetzt geht die einfach hin weiters nach rechts oben links bank bestätigen wie der falltas nach rechts jetzt ist es wichtig klickt die fahrtas nach links oder rechts egal sucht die bank polizeiauto stehen so ich habe meine bank gefunden perfekt x holt durch am besten kampf helikopter und mk2 das ist richtig gut geeignet so im job verlassen und wie gesagt schnappt euch was cooles sei bei der bank angekommen denkt dran ab und zu ist ein chakernot dabei dem ist es sofort töten oder das richtig heftig das ist einfach da reingehen wie gesagt wenn ihr stirbt nicht schlimm so schnappt euch die tasche verschwindet hier so jetzt wie gesagt zieht leine macht die polizisten weg und fliegt jetzt richtung gelben punkt soll bei dem gelben punkt angekommen wichtig ist nicht sofort reinfliegen davor landen am besten also raus hüpfen falschen öffnen so sollte angekommen wie gesagt es geht einfach dahin und zwar rein hüpfen ich weiß nicht warum das machen muss vielleicht glaubt auch ohne ich hab's noch nie getestet wie gesagt einfach rein hüpfen beim das drückte wieder touchpad geht nach unten und nach oben CEO fahrzeuge kampfhelikopter sehr sehr wichtig habt ihr keinen kampfhelikopter auf raten kumpel oder sucht euch ein wie gesagt er braucht nur ein helikopter und danach könnt ihr jetzt sofort aussteigen touchpad das geht ihr auf wo ist es im vertanen stil genau stil fallschirm sagt ja das muss durchkommen sehr sehr wichtig jetzt schnappt sie den helikopter mk2 wieder so seid ihr angekommen wichtig ist ihr müsst direkt von masken laden landen nicht davor lasst euch hier bitte zeit also fliegt hoch wie gesagt helikopter oder mk2 hüpft falsch um öffnen jetzt gucken wo es ist da drüben wie gesagt direkt davor landen wenn es geht ja das ist jetzt zum beispiel nicht gut geht jetzt wieder weg und macht es jetzt noch einmal also ein neuer versuch falsch um öffnen ich drehe jetzt noch eine kleine runde und wie gesagt lasst euch hier bitte zeit ist auch jetzt mal ein dritter versuch einfach direkt davor um jetzt jetzt klappt es auf jeden fall noch falsch nach rechts klicken ganze zeit jetzt perfekt ja sehr sehr wichtig so viel und jetzt speichern wir speichern das ist hier drauf oder es ist es auch richtig auf wird so touchpad stil das problem ist bei diesem duffelback die ist ja bist du komisch ihr könnt jetzt keine aufwärts mal wechseln ist so wie sowas hat keine ahnung es gibt hier zwei möglichkeiten die weg zu bekommen ihr macht selbst mod der touchpad stil und somit können aufwechseln ja ihr seht ich habe sie immer noch andere möglichkeit ist da geht sie auch verwaltung stil und wechselt ja so klappt es auch ja ich würde sagen das war's ich wünsche euch was denkt dran haut die heftige light button rein abonniert den kanal ich wünsche euch was bis dann haut rein und tschüss